Hallo ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mal wieder eine Woche mit euch dekorieren und zwar habe ich mir dafür diese Sachen ausgesucht, um ein bisschen im Kameralook zu bleiben und mal sehen, was so daraus wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.